hallöchen herzlich willkommen zurück zu welheim wir haben beim letzten mal den uralten gekillt und wollen uns heute dann zurück zum spawn machen so erstmal hier gerade honig besorgen ok gut genau wir wollen allerdings noch ein bisschen moment wir brauchen noch ein bisschen edles holz genau edles holz und ein paar augen bauen noch die kann ich dann mal mitnehmen so 20 augen für zwei portale dann machen wir hier die tür zu und dann haben wir mal ein bisschen edles holz hier aus dem garten also aus dem wald was da noch übrig ist da kommt den hier machen wir weg und zack super das sind auch echt also die eichen sind echt gute quellen für edles holz zu schade dass wir da keine samen rauskriegen oha holz hacken 40 ist auch eine richtige walze so ein baum stumpf davon oder baum stamm stumpf ist kommt nicht ganz korrekt übersetzt das ist ja jeder baum stumpf ok wir brauchen 40 1 brauchen wir noch ich glaube 17 hatten wir noch da doch komm naja wenn wir zurück sind brennt der wald nieder da habe ich auch wieder ein paar pfeile gemacht also 110 109 haben wir jetzt noch nein 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 nicht so da waren wieder drei drin und das haben wir auch mit 33 das haut auf jeden fall hin dann machen wir unseren portal dann machen wir das portal zum sport machen dann schön in die mitte oben in den dachboden und das ist dann da hinten rüber ist gar nicht so weit weg aber den weg können wir uns auch sparen zumindest ein rückweg genau 13 waren sogar 40 doch das tun wir da rein ok so wunderbar dann können wir losgehen wir haben alles aber bei ein bisschen holz sollte ich mitnehmen ich brauche noch eine werkbank und dann können wir morgen am frischen tag sind wir drüben und können dann schön in die aufgehende sonne oder bei aufgehender sonne über die felder schleichen ok ich bin echt mal gespannt wir haben gestern abend war es also heute ist sonntag der 14 wir haben gestern abend als wir in neues gebiet gegangen sind haben wir festgestellt dass auf einmal so ein sens man oder fair man uns die ganze zeit beobachtet hat und immer wieder verschwunden ist das war schon ein bisschen gruselig weil sehen ob das hier auch passiert so sporn merken finde auch das sieht so ein bisschen aus wie bei so einem freizeitpark so ein weiß ich nicht grusel hauseingang oder so wir müssen dahin okay auf in die richtung und dann machen wir unser sport portal dahin ich finde es aber cool ehrlich gesagt das portal ist ja kaputt gegangen ich glaube wenn wir selber einreißen wird es genau das denselben effekt haben ich finde es cool wenn man das portal kaputt macht dass man alles wieder bekommt das finde ich richtig gut wir sollten aber bald mal wieder in dungeons gehen wir haben nicht mehr so viele würfel gerade wenn wir auf die andere seite fahren wollen also wir waren ja mit dem schiff kürzlich waren wir hier drüben da ist ja auch das schneegebiet ich glaube wir fahren aber noch mal um die insel rum weil ich erhoffe mir dass wir dann ein neues biome finden ich werde es aber nicht nennen oder sagen was es für eins ist genau wobei ihr könnt euch vielleicht denken ach wobei kommen ist doch egal das ist wird ja eh kürzlich sein ihr könnt euch ja denken wie gesagt wir müssen nämlich den sumpf finden beim sumpf geht es für uns weiter genau das ist so ein zwischenschritt danach wird es krass das werde ich jetzt aber wirklich nicht nennen weil das kann man sich auch nicht denken was da kommt da lasse ich euch die überraschung ich hab dich gar nicht gesehen geh weg da sind wir am spawn da mache ich auch hier unser portal rein warum ist denn das so so ja so zack ich brauche die bergmann ich hab's wieder vergessen eine mäßliche kraft stopp okay dann halt hier rüber super wahrscheinlich vermieden werden dass man eine basis hinbaute so jo gut wir machen unsere opfergabe da ist der kopf und wollen wir den baum da ist der uralte aktivieren gut wir haben jetzt die kraft des uralten die würde ich aber direkt wieder ändern dies ja warum es der uralte schnellere soll zu hacken das ist halt nicht so cool wie hier mit weniger ausdauer verbrauch deswegen nehmen wir das mal direkt und dann haben wir wieder ab reinrollen okay sauber jetzt muss ich mir gerade überlegen ich glaube wir machen noch mal eine kleine bootsfahrt bevor wir das aber machen sollten wir vielleicht noch ein bisschen grillen ich wollte da schon wieder die sachen reintun ich habe aber steine reingeschmissen und moment wir gehen noch mal zum uralten rüber ich brauche ein bisschen kernholz ich werde da gerade noch versuchen das haus ein klein bisschen zu verbessern auch gott so viele steine was wir damit wohl noch machen können ein honig es ist interessant wenn man nichts ist dann geht leben auf jeden fall zwangsläufig runter also 100 prozent ist wirklich nur erreicht oder über 100 sogar wenn man voll gefressen ist wir hatten ja die 107 das war ja unser vorteil im kampf das ist aber wirklich ein kompletter unterschied der aufmerksamkeit und den ganzen gespawnten kreaturen dann auch noch dabei so genau das holz wollen wir hier nicht zurücklassen 6 16 holz habe ich sehr gut oh sind voll steine will ich nicht steine brauchen wir nun wirklich nicht also nicht ansatzweise vielleicht kriegen wir dann noch mal einen grund irgendwann aber ja und da sind wir voll gut geht's zurück da haben wir noch mal kupfer dann können wir da auch noch abbauen tschüss kriegt mich nicht auf die gegen die mich wirklich nicht wird nur noch fehlen dass hier auch ein kommen ins portal so da sind wir auf der anderen seite ich habe dich zum ritter geschlagen das holz spreche ich mir mal direkt hier rein oh wir haben tatsächlich mal eine volle holzkisse aber nicht ganz aber noch die werkzeuge drin und ich habe trotzdem bietet paar steine dabei gut dann schauen wir jetzt mal gerade sehen da wollte ich bauen wobei wie habe ich denn das da gemacht oh ich glaube das war einfach so ne jo das ist jetzt nicht sonderlich stabil aber hoffentlich okay 14 haben wir noch so da war ich stehen geblieben zwölf haben noch ich erhoffe mir stabilität oh das ist aber auch schon wieder rot ei 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 das ist fatal moment mal wenn ich das jetzt machen würde es würde nicht klappen ach jetzt habe ich den hammer weggepackt das ist jetzt interessant es wird aber dunkler ne dunkel dunkel und es ist rot ich weiß was zack 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 und das fängt fällt zwangsläufig wieder runter das lassen wir komplett weg ich glaube das ist ein sammelbares holz und dann holen wir mal gerade normales holz das ist ein bisschen schwierig jo kernholz rein besten haben wir 18 wobei wir haben noch ein bisschen was auf der auf lager ist das falsch? ich brauche das Spitzdach ne? ne gar nicht weiß es ist flach da ja ich hoffe ja einfach dass sich das gegenseitig hält noch hält es und ich hoffe es hält sich nicht nein es hält nicht ach komm schon genau in der mitte jetzt ist doch zum kosten ist das äh ups ne das ist gelb einmal probiere es noch wird aber nicht klappen ne ärgerlich au komm ich da dran von hier au 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 das hat richtig reingehauen so ja okay aber wobei mir fällt gerade eigentlich brauche ich doch gar kein Dach was mache ich denn äh beziehungsweise nicht so ein Dach ne bis hierhin brauche ich kein Dach und bis hierhin brauche ich kein Dach was habe ich denn da gerade gemacht so da fehlte der oh da haben wir wieder Aktivitäten im Wald da haben wir noch was tue ich hier gerade oh ne ne du willst mich doch auf den Arm nehmen hat er leider doch zu mir gefunden ich hoffe das wird kein dauerhaftes Problem schön er hat gezogen immer wenn die zu taumeln gibt es kritische Treffer gute Acht okay gerade noch so geblockt das lasse ich mir aber nicht entgehen ja weißt du was der Friedensstädter oder wie auch immer so okay ja das lassen wir nämlich offen oben wo waren wir stehen geblieben ich wollte hier nochmal gerade 1,2 reinziehen bevor wir abziehen bevor wir uns aufs Wasser begeben so machen wir hier die Reihe auch noch fertig in der Hoffnung das geht noch besonders haben wir noch Acht da müssen wir ran so okay ähm 4 zack 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 ja ein kleines cooles Projekt ich hasse das ne okay ich weiß jetzt nicht wo es gelandet ist so reicht schon mal für die ersten Stützen oh oh schreie das ist zu hoch ach ja so jo genau 5 Holz hätten wir noch das reicht aber erstmal und so langsam wird das Haus hier was so ich packe hier mal alles rein einfach wir wollen ja jetzt los ich will nämlich unbedingt wieder auf die andere Seite und wir könnten eigentlich auch ich habe es doch mal gerade mit wir machen nochmal eine Ladung Pfeile bevor wir losfahren und ich hoffe auf ein paar Dungeons auf der anderen Seite so das sind die vier die ich ne wo ich gesagt habe da freue ich mich noch drüber das ist es nämlich jetzt so davon brauchen wir dann nochmal drei dann brauchen wir noch 20 Augen oh das ist auch schon knapp und ich glaube drüben holen wir uns dann einfach noch ähm drüben holen wir uns dann einfach noch ein bisschen edles Holz 8 Harz 2 ich denke jetzt 8 Harz und 2 Federn das ist ja gar nicht so teuer gewesen jo Rander 118 da haben wir noch edles Holz hier ja 6 ist jetzt auch nicht die Welt komm wir fahren rüber so nochmal zur Sicherheit gerade durchschauen ähm ja ist nur noch 20 ah warte mal nee quatsch wir brauchen ja hier noch ein Portal oh Gott das darf ich natürlich auch nicht außen vor lassen und ich kann wieder nicht warum haben wir das so ja das gehört aber zu großen Wiese die wird nicht angefasst da lassen wir die Eifen stehen und der hier kommt auch weg oh nein jetzt habe ich auch was hin ich hoffe die vorne nach hier sind aber echt viele gut ich glaube die 20 kriegen wir voll mit den gefällten Bäumen die wir gerade gemacht haben und dann geht's los dann startet das Abenteuer der Weiterentdeckung Sumpf müssen wir finden und ich bin mal gespannt ob wir es finden auf der anderen Seite oder ob wir auf eine andere Enteeln müssen so haben wir 26 ach komm die da hinten die nehme ich jetzt noch das sind immer drei Slots die man unten hat das ist mir so aufgefallen also da habe ich jetzt mal so ein bisschen drauf geachtet auch die drei Slots kann man voll machen dann ist auch der Magen einfach voll und dann haben wir ja da die unterschiedlichen Farben ich hätte mal das ist dann auch die Dauer des Buffs oder so irgendwie sowas oder nee das ist das das hebt vielleicht das Maximal an das Maximalleben das könnte natürlich auch sein so oh wir haben ja bald hier einen Durchbruch geschafft auf die andere Wiese 34 ach komm eine eine noch eine dann können wir direkt bauen auf der anderen Seite und dann nehmen wir den da auch noch mit das ist irgendwie cool mit dem Durchbruch hier dann können wir die Hütte vielleicht auch nochmal irgendwann dann bauen wir hier ein riesiges Ding hin oh Gott muss ich nur aufpassen nicht dass ich so ein Mammutprojekt mache wie bei Medieval Dynasty ich glaube aber das Spiel wird echt lang ich springe mal gerade das Holz weg da muss ich hin oh ach komm schon der war doch gut oh dann rennen wir hinterher ich lasse mal die Tür auf vielleicht wieder rein hey du blöd Mann so okay holen wir das Holz sollen wir nochmal schnell schlafen gehen oder doch ich glaube das machen wir noch und dann fahren wir rüber dann bauen wir erstmal auf der anderen Seite direkt bauen wir eine Basis direkt an der Küste wo wir beim letzten Mal gehalten haben dass wir da wenigstens schon mal was haben auf die andere Seite weil umziehen können wir dann immer noch so jo 48 das reicht dann baue ich jetzt auch direkt das Portal noch und dann machen wir uns auf die Socken ruhend nennen wir jetzt einfach mal ganz klassisch Insel jo dann hätte ich aber noch für ein weiteres ne ja dann hab ich okay nein wo ist denn hier schon wieder was wer wagt es mich zu stören gut dann hab ich aber jetzt meine Ruhe ja gut und guten Tag jetzt hätten wir vielleicht noch gerade die Achse reparieren das wäre schlecht wenn die Achse kaputt gehen würde auf der anderen Seite äh falsch jo eine kleine Segelfahrt durch den Nebel ich freu mir das ist schön könnte man fast schon ein Portal nach da unten hin machen zum Hafen ja ja wo ist das Schiff ich seh es nicht hm wir sind schon am Wasser rechts sind die Steine und da taucht das Segel im Nebel auf das ist bestimmt auch geil wenn man mit 10 Leuten irgendwie mit 10 Schiffen fahren würde stelle ich mir doch auch sehr cool vor so erstmal Rückwärtsgang ja ich denke nicht rüber da kommt nämlich die Küste schon und da fahren wir rüber ich überlege noch ob wir wirklich erstmal vielleicht doch ein bisschen runterfahren ich meine ich glaube das tun wir wir fahren hier so in die Richtung so runter ne hatte ich gesagt ja runterfahren wir und Action ich mach erstmal gerade paddeln und jetzt können wir aber jo der Wind kommt der Wind kommt gut und da sind glaube ich Viecher oder ne das war glaube ich ein Stein Aufbruch ins neue Land ins Unbekannte ich glaube der Kurs ist perfekt so ja zum Glück kennen wir die Gewässer hier und wissen hier ist keine Schildkröte oder so wo wir auf einmal reinbrettern hoffentlich können natürlich auch sein dass jetzt eine da ist weil die hier angekommen ist aber wir hoffen mal das Beste ne wir hoffen mal das Beste so einmal Honig da kommen direkt mal ordentlich Leben oben drauf das macht nur Honig sofort Heilung Lebens 20 ach ist das schön vielleicht kommen wir gleich auch noch durch die Nebelwand durch und sehen ein bisschen was ach warte ich wollte genau falsch ich wollte nach unten ich nach oben ich wollte vom Spawn weiter weg weiter erkunden wollte ich ja der Kurs ist perfekt so weit waren wir gar nicht unten und wenn wir da unten irgendwo Land finden dann wäre es perfekt gerade am besten Sumpf ich würde jetzt nicht direkt im Sumpf bauen weil das ist glaube ich relativ gefährlich da aber schauen wir uns um doch ja Okay, ich gucke jetzt mal weiter nach vorne. Nicht, dass ich gleich irgendwo reinkarren. Gut, gut. Wir sind auf bestem Wege. Ich fahre eigentlich nur, dass man das Segel anpassen kann und zu dem Rudern, was ich cool fände. Und vielleicht so dann noch so ein paar Schilde daran packen. Ja, das Schiff. Vielleicht sogar hier vorne noch ein bisschen was. Wäre auch genial. Aber der Nebel, der mag nicht verschwinden. Wir sind jetzt gerade auf der Höhe, wo wir Kupfer geholt haben. Aber ein bisschen bisschen weiter runter. Ich glaube, da sehe ich auch ein bisschen was. Ich gehe doch besser erst mal an die Küste ran, weil ich glaube, dann haben wir vielleicht Glück mit dem Wind. Vielleicht dreht sich der Wind zu unseren Gunsten, dass wir hier runter gepustet werden. Aber ich glaube nicht. Na gut. Doch, jetzt ist er. Jetzt ist er voll auf unserer Seite. Super. Und da schippern wir an den neuen Ländereien vorbei. Und wir schauen mal. Weltgeschmeichert. Das ist gut. Das ist gut. Ich bin mal gespannt, was wir hier finden werden. Das war Dunkelwald, oder? War das Dunkelwald? Ne, Grasrand zeigt es mir an. Vom Rechts. In der Mini-Map. Ich dachte, das wäre... Ne, warte, Dunkelwald hat mir ein klein bisschen was. Hier glaube ich war Dunkelwald. Ach, das sehe ich sogar auf der... Ach, cool. Das sehe ich auch gerade das erste Mal hier. Dunkelwald. Jo, cool. Berge. Oh, ich fahre gerade ein bisschen von der Küste weg. Ich bin was zuerst vertragen. Dann rein damit. Da kommt der Dunkelwald. Ja, da möchte ich noch dran vorbei. Oh, dieser Nebel. Jetzt zum Entdecken natürlich nicht gerade perfekt, aber das schaffen wir schon. Wir fahren gerade noch hier runter. Ich muss mal gerade einen Screenshot machen hier. Das sieht so müstig aus. Gerade mit dem Dunkelwald. So. Ich hoffe so hart auf Sumpf, ne? Wisst ihr was? Ich glaube... Wir machen an der Stelle erstmal einen kleinen Cut und fahren hier in der nächsten Folge weiter runter. Arbeiten ist es Born. Und dann entdecken wir in der nächsten Folge hoffentlich den Sumpf. Das ist natürlich super Wetter hier gerade. Okay, warte, da kann ich nochmal direkt. Ja, und dann schauen wir mal. Dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Und wenn sie euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.